jo 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 freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen shop auf meinem kanal ich hoffe euch geht es gut in ganz genau 23 sekunden ist der neue shop da mal gucken was heute reinkommt kommt heute vielleicht der kapp skin rein ich weiß es nicht wir werden gleich sehen falls ihr neu seid lasst gerne ein abo und leichter und gibt sehr gerne mein creator code hängt tv 049 im shop ein danke für den support heute farbe rot hier im raum schreibt gerne in die kommentare welche farbe wir als nächstes nehmen neuer shop und let's go ja da ist der bis boy paket ich hier schon mal den konnte man im cut gewinnen dann hätte man sich den nicht kaufen brauchen so gehen wir mal hier rein was haben wir hier den skin in drei verschiedene stimmen sehe ich hier zweiter stil und hier einmal als gorilla nice das geht auf jeden fall plus back bling ja eine pizza verpackung mit dem controller dran dann einmal die pickaxe die school eine keule die ist auf jeden fall cool was steht hier wandelt eure form mit dem integrierten im mode wie im affenzirkus das ist ja hier woher könnt ihr euch verwandeln sehr sehr nice für 2000 das ganze leben statt 2600 dann haben wir einmal hier in skin plus back bling und im mode für 1800 die keule 800 dann haben wir hier den echo scan in zwei verschiedenen stilen plus back bling back bling auch in zwei verschiedenen stilen 1200 die lieben die pickaxe gibt es noch dazu für 500 in zwei verschiedenen stilen dann einmal ein hängegleiter auch in zwei verschiedenen farben 800 die lackierung für 300 die ist ein bisschen langweilig so was haben wir noch hier scharlach natter in zwei verschiedenen farben weiblicher skin die erste variante gefällt mir schwarz-rot back bling auch in den selben farben 1200 die pickaxe doppelhändig auch in den selben farben 500 enge gleiter natürlich auch in den gleichen farben für 800 geben so panda beauftragte oder skin plus bambus anbrücken als back bling für 2000 dann haben wir bekommen der gefällt mir nicht so plus back bling back bling besorgen absolutes logo wird 2000 das ganze haben wir hier in erntewerkzeug wegx die school für 1200 jingoo bank nightrider wieder drinne wenn ich ja motorrad fahrer plus ein rad am rücken mit einem helmchen hier dran 4500 dann haben wir spiel ranger für 800 flow 500 coole mode dann haben wir hier noch mal ein emote sportlich machen wir noch mal für 200 auch eine ikonreihe dann haben wir hier eine spektral hacke eine pickaxe ist cool die sieht sehr sehr nice aus seestock für 200 pakete sind noch drin da ist nichts neues dazu gekommen das war es auf jeden fall vom shop ihr leben schreibt mal gerne in die kommentare wie ihr das neue beast boy paket findet und wie allgemein den shop findet und welche farbe wir als nächstes hier im raum haben möchten und falls ihr neu seid lasst gerne noch mal ein abo und ein like da und tragt gerne mein creator code hanktv 049 im shop ein danke für den support ihr lieben danke für die unterstützung ich wünsche euch allen eine gute nacht wir hören uns morgen